Ich habe von dem Jumping Jack den Tipp bekommen, dass ich da oben die Apostroph-Taste oder SZ-Taste drücken muss, um den Dunford Körmen zu übernehmen. Also, wollen wir mal ganz schnell dahin und gucken, dass wir da näher herankommen wieder. In der Hocken, dass es noch irgendwie klappt, ne? So, da sind wir. Wo ist Dunford? Das ist jetzt die Frage, ne? Wahrscheinlich kann ich den gar nicht mehr sehen, weil der war ja einiges Stück weg, oder? Ja, ich sehe ihn jetzt nicht mehr. Der muss aber da sein. Da ist er, rechts. Okay. Aber das ist doch gar nicht so weit weg. So. So, Ziel haben wir gesetzt. Nur... Wie kriege ich den jetzt ausgewählt? SZ-Taste? Shift-Taste? Tut sich nix. Space Center gehen wir mal wieder rein, gucken gerade, ob wir das hier oben nochmal hinkriegen. Irgendwie will das ja jetzt gerade nicht. Ich kann den nicht auswählen. Okay. Also, wir sind weniger als 2,2 Kilometer, das hat er ja geschrieben. Und... Wo war Dunford? Da. Target Dunford. Aber... Ich kann da nicht hinschalten. Und der fliegt mir auch immer weiter weg. Das ist auch schon mal klar. Habe ich da weiter ran gesucht? Nö. Habe ich da mal irgendeine Möglichkeit, da irgendwie dran herzukommen? Ich glaube nicht, oder? Ich könnte höchstens versuchen... ...das so hinzukriegen, dass ich erstmal wegzoome... ...ja, und dann hinzoome. Wo ist der kleine Mann? Da ist er. Oah. 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 und den kann ich jetzt aber auch nicht steuern und das funktioniert irgendwie nicht. Target habe ich aber das was der Jumping Jack mir gesagt hatte funktioniert jetzt irgendwie nicht. Timewarp habe ich jetzt drin, das ist schlecht. Ja. Ich drücke jetzt einfach mal alle Tasten durch bis mal irgendwann was passieren könnte. Was war das? Nö. Das war es auch nicht. Camera Chase bringt es wohl auch nicht. Free Auto Orbital Chase. Da sind wir in der Karte. Dann haben wir wieder Dunford verloren. Da ist er. Da unten. Timewarp ist auch klar. Da ist Dunford. Und das geht irgendwie nicht. Ist es vielleicht so? Nein. Da hinten ist meine Rakete und hier ist Dunford und ich habe keine Chance ihn irgendwie zu erreichen. Nee. Das ist jetzt nicht möglich. Nein. Leider nicht. Okay. Da können wir ein Möllchenfoto dann machen. Nochmal hier rüber. Rescue Dunford. No Target steht da jetzt. Komme ich nicht dran. Funktioniert nicht. Keine Chance. Tja. Hier haben wir so schicke Sachen aber die können uns nicht weiterhelfen. Hier ist eine Note. Das bringt uns auch nichts. Das bringt uns auch nichts. 18 weitere da noch. Keine Chance. Ja. Ich habe es versucht. Das hat nicht geklappt. Ich wüsste nicht wie ich es schaffen sollte ihn zu bedienen. Das ist ein Bug. Könnte auch sein. Normalerweise kann man ja auch irgendwie so anklicken, rechts klicken oder sowas. Das geht hier in diesem Fall ja auch nicht. Wo ist er jetzt? Ja macht keinen Sinn. So. Hier rein. View in Tracking Station. Was ist das? Das wäre hier. Kann ich hier aber nicht ändern. Tut sich trotzdem nichts. Gut. Wieder zurück. Gut. Hier sind wir auf der Karte. Karte drehen ist so. Add Manöver. Und wir wollen runter. Das machen wir jetzt auch. Und. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir uns bewegen. Und zwar da hinten hin. zum blauen Fleck, den wir jetzt erreicht haben. So. Gut. Ich glaube, da können wir einfach nur hoffen, dass wir jetzt hier noch was hinkriegen. Ja, das geht. Wir werden definitiv wieder runter kommen, weil wir gerade schaffen, die Para-Apsis unter 67.000 zu drücken. So. Damit ist das auf jeden Fall erledigt. So. Und da ist unsere Flugbahn. Para-Apsis 13.000. Ich mache mal jetzt gerade ein bisschen schneller, damit es vorangeht. Schalten wir um. 10.000. All haben wir verlassen. Jetzt mal gerade geguckt. Achso. Hier oben war das ja mit dem Benzin. 1,64. Also irgendwas bei 10, dann schafft man doch noch auf jeden Fall in so einem nahen Orbit auch wieder runter zu kommen. Ich glaube, wir hatten hier so Liquid Fuel 10 oder sowas. 10% sind das. Nee. 10% sind 54. Das wäre 2%. Aber auch nur in diesem Fall. So. Ich denke mal, wir machen hier auch schneller, wenn wir runter kommen. Das ist unser Triebwerk. Das ist unser Fallschirm. Da können wir jetzt gar nichts machen. Wir können noch mal gerade einmal gucken. Aber das ist auch schon zu spät in dem Sinne. Ich sehe natürlich jetzt nicht, wo wir hier runter kommen werden. Irgendwo hier ist vielleicht Wasser zu sehen. Also hier sieht es nach Landmasse aus. Hier könnte wieder Wasser sein. Ich weiß es jetzt nicht. Gut. Probieren wir über Studieren. Die Atmosphäre kommt langsam. Wir drehen uns nämlich auch schon dementsprechend. Jetzt wird gleich auch die Erhitzung stattfinden. Ein bisschen dauert es noch. Ein bisschen dauert es noch. 33, 32.000 Meter. So, jetzt fängt es an. So ist es. Ich weiß nicht, ob das was wird. Wir werden es sehen. Abbremsen tut es jetzt von alleine. Irgendwo da werden wir runter kommen, aber es ist so dunkel. Wir werden da nichts sehen. Wir werden da nichts sehen. Oder sehen da nichts. Ne. Okay. Keine Chance was zu sehen. Ich sehe da nichts. Geschwindigkeit wird geringer. Hier ist noch ein bisschen Platz. Es muss noch was von der Erde zwischen sein oder vom Körben. Erde ist es nicht. Oh, da kommt aber jetzt langsam ein Ding ins auf. Dann schmeißen wir doch mal gerade unseren Schirm raus. Sieht so aus, als ob wir vielleicht in der Nähe eines Gebirges runter kommen. Oh, das ist aber relativ hoch. Da haben wir ja nochmal Glück gehabt. Wir landen irgendwo in einem Zentralmassiv oder sowas. Würde ich sagen, ne. Ja, sieht doch ganz nett aus hier, ne. Uff. Ja, er lebt noch. Das ist wichtig. Und wir haben auch noch ein paar Teile gerettet. Recover Vessel. Ja, lieber Dunford, du wirst da auf aller Ewigkeit da oben bleiben, ne. 1,7. Data. 21... Ne, 1,7 dazu. Das, die Teile kriegen wir wieder. Geld haben wir ein bisschen gekriegt noch. Aber, ja, Bill Körben hat die Erfahrung gemacht. Gut. Ja, das war es jetzt für diese Runde, würde ich sagen. Traurig, dass er da oben geblieben ist. Ich kann es aber nicht ändern, weil es irgendwie nicht geht. Der Tipp mit dem SZ oder dem Apostroph war es leider auch irgendwie nicht. Oder... Keine Ahnung. Naja. Dann würde ich erstmal sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss. 5 Schwestern. 6 8 8 9 Untertitelung des ZDF, 2020